Sie sind angsteinflößend, unberechenbar und eiskalt. Denn ihre Leidenschaft ist das Morden. Wir zeigen euch die unheimlichsten Horrorfiguren aller Zeiten. Mit Jigsaw sollte man lieber kein Spiel spielen, denn das geht böse aus. Der Psychopath aus der Saw-Reihe stellt seinen Opfern völlig kranke Aufgaben und ergötzt sich an deren Leid. Na, wer hat Lust zu spielen? Wer kennt sie nicht, die Scream-Maske? Für alle, die dieser wirklich begegnen sollten, Leute, rette sich, wer kann. Denn mit Ghostface ist nicht zu spaßen. Bevor er zuschlägt, spielt er mit seinen Opfern und bringt sie an den Rand des Wahnsinns. Er ist der Mörder hinter der Eishockey-Maske. Jason steht besonders auf junges, frisches Blut. Töten ist seine Vorliebe und er selbst ist nicht wirklich tot zu kriegen. Mit der Machete schleicht er sich an seine ahnungslosen Opfer heran und schnippelt sie kurz und klein. Eine wahre Horrorgestalt. Diese kleine Puppe hat es echt in sich, denn in Chucky steckt die Seele des Serienmörders Charles Lee Ray und der mordet als Puppe einfach schamlos weiter. Damit bringt er seinen kleinen Besitzer Andy in große Not. Mit nur sechs Jahren stach Michael Myers seine Schwester brutal nieder, landete in einer Irrenanstalt und begann seine mörderische Karriere als Schlitzer. Er zählt definitiv zu den gruseligsten Horrorfiguren aller Zeiten. Durch sein emotionsloses Aussehen weiß man nie, was er als nächstes tut. Eins, zwei, Freddy kommt vorbei, drei, vier, er steht schon vor der Tür. Dieser Satz bietet jede Menge Gänsehautpotenzial. Denn vor Freddy Krüger ist man nicht mal in seinen eigenen Träumen sicher. Dort verfügt er über eine grenzenlose Macht und nutzt diese gnadenlos aus. Was ist euer Lieblingshorrorfilm? Schreibt's in die Kommentare. Schaut euch jetzt die modernen Märchenverfilmungen an und abonniert unseren Channel.